ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge mountain breit wenn ich mal gucken ob ich noch ein bisschen was habe irgendwie zum handeln oder er sieht noch gut aus und bis zum handeln haben wir noch ein paar pferde mal loswerden kann es nicht ändern dass man das würde ich gern einschmieden wir einschmieden bringt ja auch nix je nachdem wie wertvoll eisen hier ist könnte schon was bringen auf mal hier ein bisschen holz fertig das haben wir noch das nicht dass man sagen wir fertig dann gehen wir in die schmiede sagen hierzu wir sollen wir hier ein bisschen verfeinern wir schmelzen ein bisschen was weil wir können alle ein bisschen schmelzen aber ok dann gehen wir hier zurück der kann wieder verfeinern zack zack herr schmelzen 7 8 stück eigentlich könnte ich da noch mal wer auch immer verfeinern handeln ob es gelohnt hat eigentlich die kohle eigentlich schon was machen wir jetzt unsere truppe kostet 700 jetzt nichts 3 gewalten stufe 5 hier stufe 5 gehen wir mal ab die diversen sieht dieser tieren zwei können auch lassen fertig da können sie ja nicht verkaufen ist ja keine ware mal gucken was wir jetzt hier tun ob wir hier irgendwo noch mit wem sind wir denn im krieg mit gar keinem so aussieht aber glaube ich hier gucken klaren hier armee diplomatie in allem frieden erst mal hier unten ob hier alles noch okay ist jetzt machen wir auch plus guck mal erwartet plus okay wir mussten uns mal die armee war einfach zu groß schon okay ist noch alles ist noch alles okay wollte ja nicht mit reinpacken schon mal nicht okay bereit warrior stick to me troops charge for glory ich bin ein paar dinge sagen fertig fertig einfach dass hier unten mehr frieden herrscht aber irgendwas unterwegs kämpfen das ist aber auch eine schöne karte bereit das ist ein anderer oder? Ach man, da brauche ich ja nichts in die Herren, ne? Das ist ein Mann, das ist deutsch. 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 Das ist deutsch. Das ist ein Mann, das ist deutsch. Und schau mal, hier war doch noch Festung. Ach da. Das ist auch gar nicht meine Festung, sehe ich gerade. Die Werkzeuge. Und alle, was es an Werkzeugen hier gibt. Das ist ein Mann, das ist ein Mann, das ist ein Mann. Das ist eine Länge. Das sind die Länge. Das ist eine Länge. Ich ziehe da ans Werkzeug. Das ist ein Zeug. das steckt gelassen das könnten werkzeuge sein wenn wir hierhin reiten kommen wir gerade bloß dadurch dass wir uns von ein paar drucken getrennt haben das denn hier werkzeuge wir holen mal ein dann sehen was ja hier noch was dazu zählt holzhammer geholt verlassen fertig daja ok andere hier 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 da wo hier hier Mistkabel auch nicht so ein werkzeug kommt es nicht okay das ist nicht um 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 find also auch nichts jetzt darüber okay okay but i shouldn't make my hero ungrateful foes onwards arms like the pot footmen hear me or my wall warriors move Der eine sieht ein bisschen komisch aus, was das noch für einer, den neckt der Wissende. Der hat nichts, okay. Okay, den haben wir sehr gut in den Griff genommen. Das ist eine Kavallerie-Armode zu werden, wenn er sich... Das ist eine Kavallerie-Armode zu lassen. Arrows, warriors, mit dem! Er wird vorged. Input sind wir, was du? Wer sind Sie, wütend? Die day ist es! 314 ist gut für ein bisschen geld ganz kurz schauen ob wir es bekommen haben dafür angriff um 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 ja 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 jetzt haben wir sachen gesammelt was noch keine werkzeuge dabei fertig aber vielleicht muss ich da wieder abgeben mal gucken das war hier ja 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 jetzt kommst du mit ok Vielleicht sollten wir ihm auch noch ein Pferd besorgen. Schauen wir mal auf die Gans hier auf. Ja, wir können sie hin und dann. So, verlassen wir mal wieder. Oh, hallo. Lukon, ja, der Lukon, wie weiß, aber den finde ich nirgends. Ja, Theen. Mal, okay. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Ja, wir versuchen es noch mal. Hier oben und bleiben einfach davor stehen, ne? Oh, 21 Blünderer. Ach, wir haben keine Nahrung. Äh, Angriff. Oh, oh, oh. Fertig und dann... Troops! Charge! Footmen, hear me! Raise your shields! Bowmen! Move out! Archers! Footmen! Arrows! Spread out! Warrior! Forward! Ah, wir müssen gleich Nahrung unbedingt besorgen. Ich glaube, wir standen neben der Farm, ne? Wegwerfen! Affleck! Knochen! Weiss! 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 ja 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 ich habe noch mehr geld jetzt fertig und bis genau hier drinnen ja butter ein bisschen aber sonst wäre ich nix fertig unbedingt hier rein rein handel nein hoffen zu warten handel getreide es ist alles genau die hälfte reicht auch noch hier so fertig machen wir alles zurück dann machen wir jetzt mal hier so und sagen und fertig da kommen wir auch ein bisschen mitnehmen so alles mit geht dann immer auch mit okay verlassen so 41 wir wollten hier hoch jetzt werden die und langsam wieder gesund ja nahrung ist halt wichtig ich habe schon viel einfluss hier aber ein blinderer da brauchen wir nicht für zu brennen bremsen die zwölf noch machen wir bloß rosa viel sehr viel wenn die auf jeden fall hier schon wieder ja mit schild auf jeden fall wir wollen auch aufsteigen nehmen wir armen brust oder wir wollen alle zehn aufsteigen was werden denn dann ok die blinderer drin gucken wie schnell die aufsteigen fertig da die 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 und was zum handeln drei gebrauchen dieses getreide hier okay kann noch mal hier eigentlich und die holz 23 wir kaufen das mal schmied das geschmolzen mehr geht nicht so jetzt ist die frage wenn man sich draußen hinstellen ob was dann irgendwann sehen und ja dann auch hier sein der luka oder wie heißt der luka also mit einem frieden das auch wird noch ich habe die 200 punkte für eine kriegserklärung aber ich glaube ich hier woanders noch mal kurz warten hier so können wir mal ansprechen muss er sagt und ist der bestung zuletzt gesehen in der town heute auf wiedersehen ist er das nein nein sind doch doofbewohner durchgewohnen warum erstellen die in der armee wenn wir doch gar keinen krieg haben die die rekrutiert fleißig du mal suchen wir auch nicht ist ein krieg noch okay schlacht Arrows! Onwards! Arms length apart Footmen! Get moving! Hear me! Move! Warriors! Onwards! Woher kommt er eigentlich? Ah 18 Okay Dann können die Druckmeer aber zeigen was sie können noch Spread the field! Make a shield wall! Footmen! Attack! Rekord! Bordere, ich komme aus! Wir schaue sie! Wir schaue sie! das geld haben wir es nicht getan aber eine karavane ist das ist die luka armee oder nur die zonen Oh, das kommt noch. Ich brauche nur, okay. Ist da Loco? Ne, Dort und? Okay. Dorfbewohner. Andere. Das kennt er nicht. Dorfbewohner. Guck mal, wo ich ihn hier finde. Dorffried. Okay, dann habe ich ihn doch jetzt mal bestochen. Wo finde ich den Luca denn? Ist er das? Ne. Ist das der Luca? Ja. Das die Leute sagten viel über den Kampf, der von Unverständnis zeugt. Über Nerezes und die Umstände, mit denen er konfrontiert war. Nerezes hatte die Pflicht, die batanischen Angriffe auf unser Land zu rächen. Er marschierte mit allen Kräften, die er sammeln konnte. Die Vladianer haben uns verraten, aber das ist es, was man von ehrlosen Barbaren erwartet. Das Glück begünstigte den Feind, was zählt ist, dass wir das taten, was die Ehre forderte. Ich blieb bei Nerezes, bis wir von den Sturgischen Infanterie in unseren Lager zurückgedrängt wurden und kämpften dann auf den Wehrgang. Irgendwann konnten wir ihn nicht mehr halten. Ich habe nichts gesehen, was mit Nerezes oder unserem Banner passiert ist. Arendtius holte uns da raus und brachte uns nach Hause. Also ich hatte da vorher keinen Respekt vor Andreas, aber an diesem Tag sah ich, dass er würdig war, Kaiser zu werden. Okay. Ja, danke. Was ist los? So, mal gucken, haben wir jetzt... Doch, kann mich hier verlassen. Hat uns zwar Geld gekostet, aber... Mal gucken, jetzt haben wir hier... Mit zwei gesprochen, okay. Du hast 3G mehr gesprochen, wer hat von der Information bekommen. Okay. Okay. Mhm. Verlassen. Dann müssen wir auch wieder hier runter, ne, erstmal. So, dann gucken wir mal, was uns aufnächst erwartet. Und in der Zeit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, dass es gefallen. Dann lasst gern noch den Daumen da und wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.